Hi zusammen, wir haben uns wieder auf dem Weg in den Nightcap National Park gemacht und diesmal zu den Protester Falls. Und es hat jetzt die letzten zwei Tage geregnet, also hoffen wir mal, Fingers crossed, dass dieser Wasserfall diesmal ein bisschen mehr Wasser hat als Dominion Waterfalls. Wir hoffen mal das Beste, aber das Heftigste war der Weg hierhin. 10 Kilometer Dirt Road und Kelly hat das echt gut gemacht. Wir führen uns gerade ein bisschen Scheiße, Kopfschmerzen übel, aber es wird jetzt besser werden. Wir gehen jetzt raus, es regnet zwar ein bisschen, aber das gehört dazu zum Regenwald. Auf geht's! Musik 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 Das Geile am Regenwald ist einfach, dass er so vielfältig ist und einfach extrem viel zu sehen hat. Also Leute, Nightcap National Park kommt vorbei. Musik 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 So, haben jetzt die Schlange hinter uns gelassen, aber wir sind jetzt vorsichtiger. Herr Kelly ist fast draufgetreten, im letzten Moment nur den Fuß noch zurückgezogen. Deswegen aufpassen, wo man hintritt und Augen offen halten. Aber wir sind Abenteurer, deswegen keep going. Wir sind angekommen beim Wasserfall und man sieht es, es gibt Wasser. Richtig schön. War jetzt kein langer Weg, knapp 700 Meter. Aber es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Wenn ich mal hier umgucke. Cool. So, wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg. Das war's gut, Waterfall. Gucken, ob die Schlange noch auf dem Weg ist. Hoffen wir nicht, aber mal sehen. Erstmal wieder hier runterkommen. So, wir sind wieder am Auto. Haben's geschafft, wir haben's überlebt. Keine Schlange mehr auf dem Rückweg, zum Glück. Und jetzt fahren wir nach Hause. Vielleicht mal gucken, ob ich den Weg drauf kriege. Weil allein der ist schon abenteuerlich, hier hinzukommen. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. So Leute, das war's doch schon wieder für heute von unserem Ausflug in den Nightcap National Park. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, könnt ihr das gerne hier und hier einfach draufklicken oder einfach auf meinen Kanal gehen. Und ganz wichtig, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Das könnt ihr direkt unter mir. Einfach auf das Abonnieren-Symbol klicken. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.